hey ball auf den da unten auf den da balla 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 bau ha ha gegen das gebäude gibt danach da hat er irgendwas mitgenommen kann auch was ist da was ist da was war da oben ich will es wissen drum auf dem haus war jedenfalls was jetzt werde ich lieber schlafen können schlafen können ich weiß was dauert es da oben doch was war hey komm da ja ach so das verreckt gut gut krasse viele helikopter die eigentlich haben ich habe die raketen aufgeballert glaube ich meine ich hatte ich probiert bleifuß 5 von 18 was das denn was war das so das war mir richtig jo geschafft oder jo so was nächstes was nächstes du gehst zurück zu stillwater So, wir werden Waffen brauchen. Geschafft! Schön, 4000. Respekt, Schufe 2 sind wir auf jeden Fall. Und fortfahren. Domizilwohnung, Womex. Ja, Womex. Ne, also Womex. Die Wohnung vom Seanys Ex ist nur ein Domizil des Saints. Hier hast du auf deinem Waffenlager und deine Kleidung zu greifen. Cool. Waffe Reaper-Drohne. Die Reaper-Drohne kannst du im Waffenlager seines Vermittels ausfassen. Boah, geil. Ah, aber geil. Sainsburg. In Sainsburg auf deinem Handy findest du Attentatsziele, Diebstahlslisten und für Fahrzeuge und Herausforderungen. Verbesserung im Verbesserungsmenü deines Handys kannst du neue Fähigkeiten und Boni kaufen. Ah, jetzt sind wir wohl so richtig im Spiel, dann dürfen wir jetzt machen, was wir wollen. Äh, Verbesserung. Ach so, wir sind schon. Fähigkeiten. Äh, Gesundheit. Kann ich nicht verbessern. Fähigkeiten. Ähm. Deine Bekanntheit bei den Morgensternen sinkt etwas schneller. Wow. Ich hätte mir höchstens, ähm, Datirol, Sprint erhöht, Sprinte 15 Prozent länger. Sehen, Kampf. Kann man sehen, mehr Pistolen, äh. 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 Ich werde zu dir leihen liefern. Ja, ganz ehrlich, die Boni sind momentan eh arisch, oder? Durchgoogeln. Äh, ganz ehrlich, ich wäre dafür hier, nein. Fähigkeiten, auch mal Sprint erhöhen, schaltet ja nicht. Ey, was? Nein, das kostet sogar noch was. Boah, leck mich, ne, danke. Aber zahle ich doch kein Geld für rei. Äh, was? Äh, was? Was bringen wir das? Guck mal nix. Auf dem Ziel zugreifen, so. Arsenal. Ausgerüstet, okay, gut. Kleiderstrang, vielleicht kann ich hier nackt rumlaufen. Schade. Heilige der Saints BH, wozu ein BH, wenn man gar nix tragen kann? Rucksack. Äh, ne, dank. Oberkörper. Einfach mal so komplett nackt rumlaufen, ne, ich lass das schon mal an. Äh, Gegenstand tragen, was können wir tragen? Äh, nö. Unterkörper. Unterwäsche auch keine. Unterwäsche. Verstehe ich einfach nicht. Ähm, Unterkörper, Schuhe, haben wir auch. Piercings. Ja, gut, sehe ich nicht. Ähm, nö, 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 nö. Ja, hätte ich mir denken können. Achso, man kann hier Outfits hinzufügen, aber ich hab keine. Äh, jo, verlassen so. Kann mir hier denn Tür öffnen. War super. Drecksloch. Speichern. So, erstmal Speicherstand an. Hallo. Also. Ich nehme mal zur Sicherheit zwei Dinger. Falls das eine und die abkackt oder was weiß ich. Oder ob ich, wenn ich was irgendwas falsch mache. Kann ja mal sein. Naja, dann gehen wir mal raus und, ganz ehrlich, in jedem Open World Game, das ich kenne, habe ich am Anfang echt nur die Gegend erkundet und scheiße gebaut. Und, das mache ich jetzt auch. Ich bin mal scheiße und erkunde einfach mal die Gegend. Das mache ich einfach so gerne. Ich gucke mir gerne die Stadt an, so. Ey, 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 ey. Den nehme ich nicht mehr. Sauber. Mal hinten reingedonnert. Wo ist eine Sprintanzeige? Das höchstens Ausdauer. Ja, ich suche mir mal eine ordentliche Karre. Ja, die. Nein, das drücke ich dann. Ich muss eh drücken. Ich tritt die ganze hier leer. Ja, die Karre sieht gut aus. Wo du können. Ey, wisst ihr was? Ich suche jetzt mir mal. Jo, da ist der Flughafen. Weil, äh, wenn ein Spiel Open World ist, Flughafen hat und ich fliegen kann, muss ich es machen. Ey, tut mir halt. Ich muss das einfach mal. Ähm, fangen wir einfach mal hier hin. Ich muss halt einfach. Ich will immer an so einem Spiel immer alles ausprobieren und weiß ich. Das heißt, die ersten Parts werden sowieso nur dafür stehen, dass nur scheiße Bauer. Ah, sieht das hier schön aus. Ja, die Grafik ist eigentlich relativ gut. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Scheiße ist, aber... Ja, eigentlich ziemlich gut. Scha- ja, okay. Schaden zum Vergleich. Ich bin grad, ihr habt's gesehen, irgendeinem Gegend gedonnert. Und guck, was mit meinem Auto passiert ist. Nix. Ah, egal, das stört mich nicht. Im Grunde interessiert mich die Grafik von St. Tony, es ist auch so richtig hammergeil. Ich werde das Spiel sogar, wenn das LP irgendwie vorbei ist oder... Selbst wenn, das LP wird so lange dauern, weil ich so viel Scheiße hier machen werde. Und das einfach nur lange, lange gehen wird. Bin ich mir sicher. Nein! Und Schadensmodell. Oh, ein paar Falten. Ey, was war da? Was war da? Was war da? Weil... Die Faust kenne ich. Weil die Faust gab es so einen Salesforce 2 und da konnte man Kämpfe machen. Ähm, nur wandeln. Ups. Hast ja... Äh, nein, warte. Seht viel halt nie aus, Isaac. Ja, 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 ja. So, äh, jetzt, äh, ich mache das hier. Bom! Und... Murphoköl. Geil. Ey, hallo. Ach so, keine Raketen mehr. Super. Äh, E-Satellit verlassen. Äh, greift mich auf den Bein an. Oh, Helikopter. Ja, geil. Also... Uh, ich bin auch behindert. Ja, leck mich. Hast du was von den Helikoptern? Ja. Ach so, der ist Sniper. Es war gerade in der Mission viel einfacher. Ah ja. Okay. Okay. Äh, finde ich gerade so ein bisschen arisch. Ähm, ja. Schwerst Framerate-Einbrüche. Äh, checke ich nicht, wer das kommt. Ich kann euch sagen, am PC liegt das 100 pro nicht. Mein Gott. Was habe ich gemacht? Einmal kurz da reingefahren, schon... Fick nämlich auseinander. Äh, leck mich. Äh, leck mich. Ich hoffe es mich. Das sind mir langsam zu viele hier. Ich muss die ausrasten, ey. Geisterfahrer, super geil. Habe ich ja geil gemacht. Jetzt fick nämlich alle auseinander. Ich kann nicht auf Flughafen, Flugzeug nehmen und dort abbauen. Was habt ihr die Polizei während von hier, ne? Oh, oh, oh. Oh. Nein, da war Doktor Genki. Scheiße. Da war er noch. Doktor Genki war da. Scheiße. Da ist keiner drin. Meins. So. Nehm ich einfach mal. Welchen Sender nehme ich mir? Den da. Den dir. Boah, da war der Doktor Genki. Oh, scheiße. Äh, ja, kaufen werde ich mir eh nichts. Zu wenig Geld könne ich, äh, ja? Ja, das war sowieso klar. Oh, 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 oh. No Integrations! Oh-oh, oh, 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 oh. Ah, hoffentlich.. Schick dir wie jetzt, mich jetzt nicht. Ach super ey. Da habe ich gegen die gelaufenen. Aber neben Regenschirm ist das scheiße so. laufen hier alle ohne regelschauer für die kranken was ist hier nun laden alles hier wird mit einer werkstatt getötet und dann habe ich weggesammelt hier weil sich man kann man nicht noch um ich kann hier eine sirene an machen mit f ff driften kann man hier richtig gar ein knapp 4 50 von 500 jahre weg sirene kurz der verlangen jo ich möchte unter airport weil ich immer schön über die stadt fliegen mal kurz die ganze gegend erkunden dann kann man so ein bisschen mehr von der stadt sehen er wo kann man denn auf das startfeld fahren ich hoffe mal hier okay typ steht auf dem motor wie komme ich denn jetzt auf die bahn super hier ist ja ja kein berg ein dicker hügel wenn ich drauf kommen hier auf dem sich sieht auch sehr danach aus weil ich hier mit dem auto drauf lief doch lief doch flugzeug mal schauen was kann ich denn so nehmen kann ich auch so ein teilnehmen ja ich glaube man ja nicht gar nichts da ich mein flugzeug da ja so ein bisschen kacke da wollte ich mir so flugzeug hier neben ich habe gesehen hat den wir nicht hier lesen flieger weil ich nur dann nehmen wir wirklich nichts anderes da bitte spielt mir doch nicht an supergeil naja ja hochfahren ach komm kann ich sagen dass nur diese eine schrubmühle da da ist der ich fliegen kann das ist mir los ach super das muss ich